Auf Hansbach, Dragone, auf Hansbach, bei Rütt, schnell um deinen Sebel und röste dich zum Strech. Ins Karl ist erschienen, an Fritzbergs, wenn sich das preußische Herr war an zu Sehntrum, Kindern seid lustig und allesamt bereit. Auf Hansbach, Dragone, auf Hansbach, bereit. Merci. Das ist von dieser neuen Factory, ja? In Potsdam. Ja. Ja, akzeptabel. Das ist ideal für das Schützen, ja? Ja. Ideal. Ja. Ganz für meine Größe. Oh. Also, Herr Herzberg, ich habe Sie hier angerufen, weil wir müssen einen neuen Gesandten zu den Stanislaus Ponatowski in Warschau schicken. Ja, das ist komisch, wirklich. Ja. Er spendiert zehnmal, was ich spendiere, auf meinem Hof. Oh. Ja, und ich habe einen reichen König, und er hat nichts. Ja? Ja. 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 Ich bin in Berlin, um meine Lettren zu schicken, die ich normalerweise oft schreibe. häufig. Ich würde das übersetzen. Ja. Häufig. En français je voudrais disputer avec vous sur les thèmes concernant la philosophie moderne die Wolf, die Moppertuis est votre philosophie aussi, Frédéric Le Grand, Friedrich der Grosse. Schicken Sie das sofort? Ja. Sehen Sie? Ja. Das ist aus Metall gemacht. Ja. Und das ist aus Holz gemacht. Ja. Also, Laf Martial in premier. Laf Martial en premier. Oui. Und die künstler humanistische künstler gehen also später und noch nicht aus Metall gemacht. Ja. Das ist eine neue Kanone. Wir haben das in Potsdam gebaut. Sehr gut und sehr effektiv auch. Die Räder müssen rollen für den Sieg. Die sind sehr groß und deswegen können sie schnell transportiert werden. Ja. Ich und die Zarin Katharina sind wirkliche Piraten. aber ich weiß nicht wie die kaiserin Königin Maria Theresia wir das zu deinen Jesuiten erklären. Ja. Teilungen Polens. Ja. 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 Ja.